Auf Menschen zugehen, sie ansprechen und ihnen eine gute Zeit verschaffen. Für Bärbel Krause ist das ein Kinderspiel. Die 70-Jährige ist gern unter Leuten, lauscht und plauscht für ihr Leben gern. Am liebsten sogar bei einem kleinen Spaziergang an der frischen Luft. Ihre Leidenschaft will die Senioren mit anderen jung gebliebenen Pernanen teilen. Deshalb bietet Bärbel Krause seit letztem November Erkundungstouren durch die Stadtgassen an. Das Konzept ist, dass es für die Einwohner der Stadt auch mal was geben muss. Keine bezahlten Stadtführungen, sondern einfach nur die schöne Stadt angucken. Und wir haben eigentlich auch gefordert, dass wir was über diese Stadt erklären. Keine leichte Aufgabe für die gebürtige Görlitzerin, die jahrelang in Berlin und Braunschweig lebte. Doch wo ein Wille, gibt es für Bärbel Krause auch immer einen Weg. Und der führt die spazierenden Senioren diesmal an einen weitestgehend unbekannten Ort der Pirnaer Stadtgeschichte. Heute war thematisch die Gründerzeitvilla am Donaerschen Platz, wo eine Frauenärztin längere Zeit gewohnt hat. Wo es auch ein Buch gibt darüber, Splitterzeiten, da habe ich ein paar Teile vorgelesen. Etwas bislang Ungekanntes über die eigene Stadt erfahren, Pirna quasi im Vorbeigehen neu erleben. Das ist, was die Seniorenvertretung anbieten will. Fortan soll es immer am zweiten Dienstag des Monats eine neue Tour geben. Für die Teilnehmer bietet das nicht zuletzt die Möglichkeit zu guten Gesprächen. Wir haben uns über einiges rein Privates unterhalten, wo man sich überlegt, was noch ansteht und was man eventuell zusammen noch machen kann. Die Zusammensetzung der erkundigungsfreudigen Gruppe ist variabel. Immer wieder kommen neue Wegbegleiter dazu, andere pausieren. Die Verbindungen, die innerhalb der Spaziergänge geknüpft werden, reichen dennoch schon jetzt weit darüber hinaus. Man trifft sich. Also das habe ich schon gemerkt. Es gab schon zwei, die haben sich dann intensiver unterhalten. Die sind auch nicht mehr dabei gewesen. Die treffen sich jetzt wahrscheinlich häufiger woanders. Aber das ist kein Thema. Man muss sich auch nicht anmelden, sondern einfach dazukommen. Pirnas Senioren schätzen das ungezwungene Zusammenkommen. Laufen, lachen, lauschen. Viel mehr brauchen die Teilnehmer nicht, um für einen kurzen Moment glücklich zu sein. Jeder hat mit jedem sich ausgetauscht oder gesprochen. Ich fand es gut. Und wenn es so bleibt, wäre es super. Mit ihren Angeboten ist die unabhängige Seniorenvertretung seit 1991 in Pirna aktiv. Ihr Ziel ist die beständige Verbesserung des Lebensalltags der ältesten Bürger unserer Stadt. Dabei helfen soll neben den nun etablierten Spaziergängen auch eine weitere neue Veranstaltungsreihe. Kaffee, Kuchen und einen Film für 8,50 Euro, also ein anspruchsvoller Film, das gibt es jetzt auch einmal im Monat. Hat der Filmpalast nicht nur in Pirna dann organisiert, sondern auch in Görlitz und in Bautzen. Der Tatendrang, den Bärbel Krause versprüht, ist bemerkenswert. Obendrein ist er für Pirnas Senioren eine Art Versprechen. Eines, das ihnen noch viele schöne und vor allem gemeinsame Momente bringen wird. Ganz beiläufig, versteht sich.